Hallihallo Leute und herzlich Willkommen zum CC RISK 18 Week 1 Clear mit Nightmare. Hallo. Dankeschön sind die Ticks. Oh, hoffentlich funktioniert jetzt. Widdy hat mich ja grad sehr enttäuscht. Ja, ich hab Widdy halt noch nicht gelevelt gut. Und noch nicht geämmt. Ich benutze die halt quasi nie. Widerstand. Widerstand. Widdy braucht mal einen tollen Skin. Ich hab's nicht geschafft. Die hat's gut drin. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Wer hat's geschafft? Du pu注意st? Ich glaub's nicht. Solange wie er es schafft, ist alles gut. Wenn die nicht geämt wäre, wenn die nicht auf M3 wäre, würde sie das nicht schaffen. So, ab jetzt wird die rechte Seite ignoriert. Jetzt kümmern wir uns um die linke Seite. Auch wenn da der nächste Schandfleck steht. Aber wenigstens ist der Schandfleck weiblich. Jetzt wird einer durchkommen. Nein. Nein. Okay. Loop Wizen sagt Nein. Loop Wizen macht Staff. Weißt du, sonst killt die den ganzen Weg runter grad und grad vor der Base. Und dann macht die auf einmal mehr Damage. Du cheatet. Ava Ava Power. Du weißt Ava Ava Power? Ja. Warum Ava Ava Power? Ane Ane. Bist du ne Yandere? Ohm, I think so. Du redest jetzt aber nicht von dem einen Meme, oder? Ja wirklich. Zumindest hätte ich keine Voiceline gefunden, wo die Yandere mäßig rüberkommt. Ich hab ja gerade überlegt, ob ich halt mal sicherheitshalber... Wüthelin Backe. Na komm. Schaden kann es nicht. Der ist der Boss. Nummer eins. So, nach dem Boss könnt ihr auch die Dingleise räumen. Weil danach kam jetzt her. Souveräne Leistung der Weißen. Und bei... 55 kommt auch ganz recht nichts mehr. So. Und ab jetzt steht niemand mehr verfertigt. Geiltshüt. Ja, die, die heilt, die die Luft heilt, ne? Wenigstens Waifu Clear. Und das wäre Risk 18. Ja, leider. Vielleicht gibt's das auch nochmal in hübsch. Aber das war... Risk 18. Dann bekommt Blue Poison jetzt mal ihr Skin. Nein. Nicht mal für die Medaille. Ist die Medaille hübsch? Ja, du musst die ja nur besitzen, ne? Und nicht, äh, benutzen. Ja, ich will aber wissen, ob die Medaille hübsch ist. Weil sonst sind das... Ist das voll das rausge... Voll die rausgeworfene Werbung. Naja, jedenfalls danken wir euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Und wir hoffen, ihr schaltet auch, äh, in einem anderen Video wieder ein. Ciao. Tschüss.